Kevin, wir müssen mit dir reden. Reden? Die Rohre führen bis in die Bibliothek. Ich präpariere das Fenster mit dem Drahtseil. Drahtseil? Oh, nein. Oh, doch. Du musst dafür sorgen, dass Dennis in der Bibliothek ist. Wir holen ihn raus. Nein, ich darf das nicht hören. Ich darf das nicht hören.